so willkommen zu video schwung heute wie schiebe ich das am besten so dem ach so das kann ich generell so machen okay minecraft funktioniert nicht ganz ich muss das löschen ich werde sehen wie ich das hinkriege ist es geht halt nicht mit minecraft es hat verschiedene gründe und deswegen werde ich heute so sehr dank spielen ich habe mir direkt ein patch geholt dafür und ja ich bin auch meine lieblings net das ist die ich hab auch kis selbst created einige also nicht alle aber einigen das jetzt werde ich nicht schlecht dass sie können im ganzen spiel ich nehme an uns noch sicher guter plan gegen uns würde ich sagen abt 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 und nun wird es den herren ich hab euch schon einige videos über ein paar über stormy gemacht zwei was war so sehr darauf 2 und über ein stormy 3 so abt wer noch kalli der wolf der soll uns den wollen wir so richtig hart bei der schule spielen deathmatch viel gold oder spiel normal also ich kann alles spiel ich kann nicht mehr überlassen ich kann das spiel ganz genau jeder weiß wo er steht wo es geht wo es geht wo es geht so nach verbaut was soll das mit der maus muss man ich muss ein paar optionen treffen option als spielgeschwindigkeit muss auf 70 auf 72 geht grafik option ich nehme das beschwert scroll tempo schnell langsam normal ich würde sagen so eure beliebtheit sinkt so dann und speicher wir gehen auf wo tatsächlich sage ich mal jetzt einfach so weil es mit das effektivste jetzt mittel also effektives mittel ist so wir haben auch könnte auf uns zählen wohin gehen wir hallo eure befehle muss die allzeit bereit womit kann ich dienen bin zur stelle ich habe das tempo erhöht ist hier irgendwas schief gelaufen was ist wenn ich auf 90 machen nach 90 bestätigen sie laufen genauso langsam das sind ja das sind ja ganz schön wer ist in der spiel er ist in der spieler ein in den sie sind müssen alle mitnehmen ich nehme jetzt einfach mal eine map ich doch auch das liegt jetzt daran wir wollen ja auch die und die 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 klagen nein das ist auch kacke dann haben wir das los das war nicht setzt mich wählt euren Gegner nur mit Ratte wäre ein bisschen hm, wäre ein bisschen doof ich nehme an manchen Ratte Marschall das Gegner Lobet den Herrn Ungleibiger Rolf und hier noch der Hamrun nicht das n'argetier jeder weiß jeder 2000 sagen wir es so so geht so soll die Geschwindigkeit sein und nicht so komisch das ach man so gut schnell soll es gehen also so schnell soll es gehen was ich für Truppen nehme ihr könnt das nicht dort platzieren mein Lord entscheide spontan vielleicht spiele ich so wie der Marschall will ich so spielen will ich echt ihr könnt das nicht dort platzieren mein Lord ihr könnt das nicht dort platzieren mein Lord ihr könnt das nicht dort platzieren mein Lord Alter das ist eine Boot die ich selbst gecretet habe für die Hörer so zwei Häuser ähm eine Nachricht der Ratte mein Meister benötigt die folgenden Güter sofort ja sofort bohenschützen ich gehe jetzt die auf Armust oder wir röcken aus was will ich machen Armust oder bohenschützen was nutze ich mir ich glaube Armust oder aber dafür bräuchte ich auch noch dafür bräuchte ich ne ich gehe auf bohnen ich glaube ich habe es spontan entschieden ach ja 20 ihr könnt auf uns zählen so jetzt habe ich hier Holz ich brauche ja noch Müllen ach so stimmt welche auch noch ich brauche immer falsch immer brauche ich irgendwie was falsch ist das war jetzt ganz rund überlegt wir benötigen Holz das reicht nur für einen Bäcker ich baue ein bisschen mehr Holz auch für Steine eine Nachricht vom Marschall es mangelt mir etwas an den Grundlagen Junge hättest du etwas für mich ja mein Gott vorher habe ich gemerkt dass ich viel zu laut bin eure Beliebtheit steigt ja hier kann es sein dass ich wieder viel zu leise bin mal wieder viel zu leise ich weiß nicht ob das jetzt gut ist weil ich weiß wohin gehen wir sind das etwas schwierig alter nicht dein Ernst der hat einfach den hat sie einfach mega großen fetten Ball gebaut seine Burg ist so schlecht hier ist halt so seine Burg passt hier null rein das tut so weh wenn ich die sehe habts ein richtig krasse Probleme oh Marschall oder Marschall ja seine Burg ist ganz okay mag ich mag ich mag ich ich werde auch wahrscheinlich nicht mehr schaffen eine Burg zu bauen bin zur stelle es werden rekorden benötigt sein ich brauche halt so viel an laro und wirtschaften und das kriege ich alles nicht so soll ich einfach mal mit ich gehe auf ich gehe auf ratten qualität es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten ich habe noch ich habe noch kein steinbruch ich sollte mir scharmen ich sollte mir scharmen ich sollte mir scharmen 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 so oh ein paar sklar eine nachricht von richard löwenherz uns mangelt es an folgenden nahrungsmitteln könnt ihr nachschub beschaffen ich dachte schon also ich werde sehen dass ich mir eine okaisa stelle wenn ich auch erst mal das spüren was alles was anderes hat die ratte jetzt angegriffen war das der marschall wer ist denn gelb ach das ist der löwenherz ach bin ich doch ja bin zur stelle es wird ihr könnt auf uns zahlen ich würde da können wir gleich anhaben womit kann ich dienen bogenschützenbereit nicht nur mit diesen armeen an sondern zu ihr könnt es werden waffen dass es so aussieht als wäre ich wirklich so mein bogen ist euer mein herr eure befehle euer gnaden so jetzt können wir ein bisschen was verkaufen wie können wir helfen bin zur stelle ich habe nur 12 ihr könnt auf uns zählen ach bin ich lust nehmt euren wunsch sag ich nur 12 ja bitte ok also es wäre cool wenn ich den ab jetzt kriege ich habe nur 5 ok rücken aus ich versuche konstruieren belagerungsgeräte und wenn alles wir haben nicht genügend gold mein lord wir benötigen gold ihr habt nicht genügend güter bogenschützenbereit die müssen doch jetzt ein unmögliches zieht hochgekurbelt ballisten bereit mail ist hochgekurbelt ballisten bereit mail ist hochgekurbelt ist hochgekurbelt mein herr sind auf dem weg schildbereit berotter eure befehle schildbereit mit zur stelle in bewegung bogenschützenbereit mein bogen ist euer und weiter alle rein alle rein rücken aus alle rein sehr wohl wir werden überfallen eure befehle sind auf dem weg eure verbindungen eine nachricht der ratte mein meister zeigt sich einverstanden in bewegung feile bereit rücken aus bogen gespannt sind wir jetzt wie sie in euren alle machen bogenschützenbereit mein bogen ist euer eine nachricht vom ab ich darf nicht sagen ich muss stark sein mein herr misiere an spätestens jetzt wirklich ein klatschen ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein wohin gehen wir spätestens jetzt ein weiter weg wer ist denn blau ach so ist er da mit dem marschern und er liegt ja da oben ach die greifen alle den marschern also da kann ich greifen die hand ich bin dazu böser ich staue jetzt meine truppen darauf und dann werde ich mal an nachricht der ratte der meister lässt euch wissen dass er einen unserer gegner zermürbt hat ja ach ich bin ich hätte ihn ich könnte gerade einfach nur schlagen einfach nur treten ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein ihr könnt auf uns zählen ich hab jetzt echt gedacht ihr könnt auf uns zählen bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei eine nachricht der hatte mein meister glaubt dass wir diesen krieg gewinnen der spammt ordentlich ritter der spammt ordentlich ritter so dann ist er auf der ratte und wenn du jetzt alles kombinieren ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sei es werden resierten waffen benötigt sei ihr habt nicht genügend güter womit kann ich dienen was hat der wolf denn für eine festung alter mann okay da einzudringen wird gar nicht mal so leicht es ist so lange dauert dass die ganzen es ist ja es ist ja Wir geben unser Bestes. Wir werden überfallen. Balliste, bereit, Heilor. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich glaube, jetzt reicht es leider. Euer Gnaden. Und das war's. Nennt euren Wunsch. Das wird geschlackelt. Eure Verwündeten. Ja, redest du mal mit mir. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Eure Verwündeten. Ich kenne euch. Wir sind nicht einfach Löwen verkaufen. Eine Nachricht der Ratte. Mein Meister zeigt sich einverstanden. Mit allem. So, ich mache jetzt echt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Eine Nachricht von Marschall. Auf keinen Fall. Tut mir leid, Junge. Ist doch orange nicht, Helge. Wer ist denn Helge? Ach, orange ist Wings. Und Helge ist Richard Löwen. Herzlichen Glückwunsch. Schild wird neu positioniert. Bogenschützen bereit. Schild bereit. Eure Lordschaft. Schild bereit. Mein Bogen ist euer. Euer Gnaden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Was soll konstruiert werden? Katapultchbereit. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Jetzt irgendwie läuft das langsam. Allzeit bereit. Mein Herr. In Bewegung. Na, ich speichere das mal. Ähm. Und da. Okay. Speichern. Beste Namen, den es gibt. Nein. Natürlich gibt es die nicht. Es gibt bessere Namen, aber... Ihr möchtet... So. Nein. Laden. Laden. Hat mich auch gewundert, wenn... Womit kann ich dienen? Da muss ich dann... Na, jetzt geht's wieder. Eure Befehle? Rücken aus. Sind auf dem Weg. Pfeile bereit. Nennt euren Wunsch. Ja. Ein leichtes. Aber bis jetzt schon tut. Oh, oh, oh. Ja, bitte. Über die Schlange habe ich Angst. Die Schlange macht mir echt Angst. Mit Vergnügen, Herr. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich heimhändig den Mord eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf. Ballisten, bereit, mein Lauf. So gut wie er lebt. Ihr könnt auf uns zähle Türen. Wohin gehen wir? Ja. Ich... Ich werde den Laufenden sogar rennen. Allzeit bereit. Womit kann ich ihn da spielen? Oder wenn ich so das spiele? Ich schnapp alles, was ich nicht schaffen, Alter. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Nennt euren Wunsch. Nein, das ist klar. Ja, bitte. Ich bin doch vermüden, Herr. Bitte. Das wird ein Fassschmier. Wohin gehen wir an der Tür?